hey leute was geht auch wieder willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal also dann gleich und ja leute jetzt ja gucken wir mal eben nach meinen stats und zwar das ist ja alles live gerade und zwar hier seht ihr 4450 epic rank mir fehlen noch das kann ich auch mal eben zeigen 50 punkte bis zur legend und ja jetzt gucken wir mal eben meine platzierung ist nämlich die zeit 4529 müsst ihr euch merken jetzt gehen wir mal zu ninja und ninja ist rang 4697 und ist 100 punkte unter mir also das war jetzt einfach das video wollten einfach mal zeigen ja ich kann aber ganz kurz zeigen also hier tsm ist auch 50 punkte unter mir dick waren ist vier punkte über mir das weiß ich und tifu ist schon legend also hier ist schon 100 punkte über mir ja also wenn euch das video gefallen hat oh guck mal kills 2018 2018 tifu hat 2018 das ist natürlich auch cool season 5 ja also wenn euch das video gefallen hat würde ich mich selber ein liken abonklar freuen bis dann noch mal und ciao